Hallo miteinander, wir sind in Seifertshofe beim Traktorpulling 2023 und ihr sehn jetzt gerade den Wolpertinger Wolpi 2.0. Als ein kleiner Vergleich hänge ich euch am Ende vom Video der ursprünglichen Wolpertinger nahe, wie er 2010 in Seifertshofe gefahren ist. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Aber trotzdem ein guter Versuch von Wolpi und Sepp Ries. Also wie gesagt, dieser Motor ist alleine eine Show wert. Also schaut euch das auf jeden Fall mal im Fahrerlager an. Solche Motoren seht ihr nicht oft. 71,53 Meter für Sepp Ries. Und der Motor wird jetzt direkt mit dem Blaugläsern ein bisschen runtergekühlt. Da wird mit allen Tricks gearbeitet. Also wie gesagt, schaut euch das mal alleine in die Anordnung der Zylinder. Da wird mit allen Tricks gearbeitet. alo wie gesagt, geht das Auto. Auch wenn wir diesogne. Wer đến dem vorlesen. Oh, jetzt kost 러cks ganze Fahrzeuge.